Hey, was ist dir denn über die Knolle gelaufen? Heute Abend komme ich in irgendeine ungewürzte und schwere Mayonnaise. Einfach geschmacklos. Oh, da bin ich viel besser dran. Ich werde in Miracle Whip gebadet. Miracle Whip ist ganz nach meinem Geschmack. So frisch und würzig. Mh, stimmt. In Miracle Whip steckt der Geschmack schon drin. Miracle Whip? Nichts schmeckt frisch würziger. Weil man für schöne Teppichbögen ganz schöne Sprünge machen muss, hat Tukont Antron's Staymaster Teppich entwickelt. Selbst eingetrocknete Flecken sind mit Wasser bald nur Erinnerung. Antrons Staymaster Teppich. Selbst eingetrocknete Flecken gehen raus. Süßstoff. Das darf doch nicht wahr sein. Kanderell-Feinschmecker Süße. Dann kommen Sie auf den Geschmack. Ich als Zahnarztfrau nehme Perlweiß gegen Zahnbeläge. Perlweiß, das sanfte Schönheitszahnweiß mit der wirksamen Frischeformel. Ich kenne nichts Besseres. Perlweiß, das Schönheitszahnweiß. Und für starke Raucher das atemfrische Gel Perlweiß Extra. So werden Zähne viel, viel weißer. Die Feste ändern sich. Enkeltrocken bleibt. Was steckt eigentlich hinter einer Quattro-Schlagbohrmaschine von Black & Decker? Ein Bohrfutter aus bestem Stahl. Ein Gehäuse, das härteste Schläge aushält. Ideen von morgen für die Technik von heute. Dazu gebändigte Kraft. Und letztlich Sie. Black & Decker. Für ein starkes Stück Arbeit. Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Bonbon von meinem Großvater bekam. Es war Werthers Echte. Und ich war vier. Ich hatte ein bisschen Mühe, das glitzernde, goldene Bonbon auszuwickeln. Aber dann, ich werde nie diesen ersten Geschmack vergessen. Süß und zahnig und unheimlich gut. Ich spürte, du musst was ganz Besonderes sein, wenn dein Opa dir ein so wunderbares Bonbon schenkt. Ja, nun bin ich der Großvater. Und was sonst wohl würde ich meinem kleinen Enkel geben, als meine Wärters Echte? Er ist nämlich auch was ganz Besonderes. Bei jedem Wetter erste Wahl. Regenreifen. Von Uni Royale. Ein Zischen, ein Böckel, auf klärendem Eis, etwas Frisches. Und die Laune steigt. So wie es schmeckt, ganz klar und kalt. So erfrischen, frech. Ja, so ist Sprite. Sprite. So pricken, frisch. Klar spritzig. Sprite. Ja, das ist Sprite. Meine Heimat ist Hawaii. Aber jetzt bin ich Pintauspalme. Brrrr, Mistwetter. Trotzdem, mir geht's hier einfach bestens. Ich krieg ja auch jeden Mittwoch mein Substral. Hm, das brauchen wir jetzt immer pflanzen. Ich fühl mich hier wie zu Haus. Substral. Bestens für die Natur zu Haus. Ich setz mich gerne auf diese Wäschespinnen. Vor allem, wenn ich mal muss. Nur, die Leifheit Linomatik da drüben, die mag ich nicht. Deren Leinen sind in ihr Tragarmen geschützt. Daraus Frau gefällt's, weil sie die nicht putzen muss. Mir gefällt's nicht. Leifheit. Ideen muss man haben. Langes Sitzen, Laufen, Gehen und Stehen belastet die Beine. Kneipp Arnica Fluid. Die erfrischende Wohltat für müde und schwere Beine. Kneipp Arnica Fluid. Das kühlende Spray aus ihrer Apotheke. Haben Sie das Januarhefter Stiftung Warentest gelesen? Darin steht, wie Sie umweltfreundlicher waschen können. Sie nehmen nur noch die für den Wasserhärtebereich 1 angegebene Menge eines phosphatfreien Vollwaschmittels. Bei härterm Wasser geben Sie entsprechend Calgon hinzu. Das bringt bei gewohnt gutem Waschergebnis eine deutlich geringere Belastung unserer Gewässer. Und es schützt Gewebe und Maschine vor Kalk. Von allen geprüften Kombinationswaschverfahren bekam nur das mit Calgonen. Das Prädikat sehr empfehlenswert. Damit alles blitzt und blinkt. Stahlfix. Angelaufene Töpfe. Stahlfix. Gibt neuen Glanz und verhindert schnelles Wiederanlaufen. Stumpfe Pfannen und Kann. Stahlfix. Und alles strahlt. Ich auch. Und die Spüle glänzt wie neu und jetzt viel länger durch Abperlschutz. Stahlfix. Mit dem roten Dreieck. Kuckuck. Kaufen Sie auch besonders bewusst ein? Dann habe ich da was für Sie. Die neue Papptüte von Kuschelweich. Zum Nachfüllen in die 4 Liter Flasche. Mit Wasser auffüllen und schon haben Sie 4 Liter. Yippie. Kuscheliges Kuschelweich. Neu. Die praktische Papptüte zum Nachfüllen. Kuschelweich. Bonjour. Der neue von Idusho. Viel Gefühl für Kaffee. Vergiss deinen Atem. Der neue von Idusho ist unwiderstehlich.